Hallo Leute, da sind wir wieder, und ja gut, wir sorgen jetzt den UFO vor, weil ich sehe ja wirklich kein UFO, außer den Abspann, das wir da hatten. Gehen wir mal hier drauf. Gehen wir mal hier unten. Dann den UFO vor Ort. Hier oben ist keiner. Bisschen komisch. Soll ein Doppau sein. Bisschen ganz rum. Was ist denn da in der UFO? Torisch. Bisschen. 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 Okay. Littlarki Eksik 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 Müzik Eksik 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 Ok, dann gehen wir aber weiter. Ich sehe trotzdem kein UFO. So, jetzt sind wir einfach in den Kreis gegangen und kein UFO. Komisch. So, jetzt gehen wir runter. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. 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 Oh, das ist ein ganzes Gefühl. Was ist das? Das ist ja komisch hier, kein Ufo was hier, von hier kam er ja. Ich hoffe, dass hier ein glückes M-Bomb ist. Ich werde dir helfen, den nächsten zu finden. Okay. Kann sein, dass er hier dann umgedrinnen ist. Oh, sag ich ja richtig. Sie haben für uns gekommen. Der mystische Portal ist erwartet. Oh, no! Wait! Stop! Farewell! It's getting away! Don't go! This girl ain't big enough! 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 Give a round him up! Keep going, Sora! Not to them! Enough! Good timing! Stop! Oh! W zombiert! Knochen! Stop! Knochen! Knochen! Der ist ja weg! Und du hast du ihn auf. Ich habe ihn keine Ahle. Jager auf! Das ist ja weg! Du denkst, dass es ein Wettbewerb ist? Vielleicht wird es mit den Knackern auf die Mechs geben. Vielleicht ist das eine Wettbewerb. Oh, das ist wirklich Dassen's. Hang on! Go time! Oh yeah! Yeah! Haha! 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 Yeah! Please! Yeah! Haha! 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 Adio! Well done, Brent Yes! No, no, no. Yeah! Oh... it's not even. 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 Was? Was? Achso. Ich weiß, was du? Wir sind bereit. Ich hab ihn nicht schon gesagt. Ich hab ihn nicht gesagt. Also ist es hier. Er ist noch da! Ich habe ihn nicht gesagt. Wir sind zurück! Wir sind zurück! Wir sind nicht mehr! Nirvana wird nicht erreicht! Sorry, ich verabschiede deine Fahrt. Schmerz nicht! Wir haben noch ein neues Haus! Die Chamber of Andy! Sie sind richtig! Das ist nicht wo wir befinden. Wir sind in dieses Toysstore lange genug! Es ist Zeit für uns zu gehen nach Andy's Room. Aber... Xehanort hat uns gesagt, das Room ist nicht sogar seine Realität! Kannst du sagen, dass das Nonsten ist wahr? Und wenn das Andy's Room ist falsch ist, das bedeutet, dass er nicht irgendwo in dieser Welt ist. Ich gehe nach Hause um ihn zu warten. Ich gehe nach Hause um ihn zu warten. No mehr debate! Du mit mir, Woody? Hm... Du bist richtig, Buzz. Ja! Ich gehe nach Hause! Ich gehe nach Hause! Ich gehe nach Hause! Ja! Wir können uns mit dir nutzen, wie du für die letzte Showdown! Können wir dich aussehen? Das wäre toll! Okay, dann gehen wir mal nach Hause! Sarge! Roll Call! Sir! Yes, Sir! Roll Call! Auto ist Fall in! Sarge! Army men times four! Ham! Aliens! One! Two! Three! Wait! Where's Rex? He took off! Said he wanted to prove to you you could trust Sora! He's up there by the video games! Well, here we go again! Huh? This is about us? He's not safe! The Heartless are out there! You're right! Sora! Donald! Goofy! Any chance you could help us one last time? Sure! Thanks, guys! Okay, dann gehen wir mal zu dem Juggins. Hale said Rex was in the video game section! Oh boy! Let's go! Dann gehen wir mal hoch! Hallo! Hallo! Ja! 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 Nein! Ehhh! Ja! Nein! Gehe! Ja! Ja! Und... Ich versuche... Ja... Ja! Ja! Ja... Ja... Das ist ein Schuss! Dann sage ich auch noch... Okay... Ich glaube, ich sage zwei... Nein! Sie müssen den Arm, den Arm. Blut! 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 Ich werde mich bald noch ein neues Level erreichen. Blut! 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 Majest du die Video-Games! Ich werde den Video-Games nicht mehr erlauben. Ich werde die Video-Games nicht mehr mehr erlauben. Ich werde die Video-Games nicht mehr erlauben. Ja, das ist gut. Oh, wasser? Oh, wasser? Oh, wasser? Oh, wasser? Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Du! Ich bin der Fall schon. Bäh. Ich hoffe, dass wir ein paar Ingenstände finden können. Ich habe einen Video-Games-Einsatz, aber ich muss es auf jeden Fall sein. Ich muss es auf jeden Fall sein. Ich muss es auf jeden Fall sein. Okay. H2 boys. Let's go. Okay. Hey. What happened to my boys? Hey. Hey. You sound funny. Gosh. So do I. Oh, I. What? Well, this is rather embarrassing. Who said that? Get alone with me, Buzz. I sound like an alien. Oh, I. World sanctuary. Waaaaa. Waaaaa. Dann muss er hier unten sein. Dann muss er hier unten sein. Waaaaa. Ja, da muss er definitiv hier unten sein. Waa. L montjeoulderen. Da hätt ich mich jetzt wieder mal. Da kommt die sichere Seite. Das ist der Ausgang. Hä? Komisch. Komisch. Volierex zur Videogames Abteilung. Okay. Ja, ich bin die Spielabteilung. Aber... Welche Etage ist das denn? Welche Etage ist das denn? Ja. Ja. Okay. Jetzt schau dir ganze Augen, bitte. habe ich gespielt. Ach so, ist ganz nach oben. Einmal so hoch. So... Ja, hoch. Oh, blau. Orchenblau. Das war's für heute. Ah, 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 ah. Look, look, I found it! See, Sora? Well, I never looked this good. The clothes kind of match. Hm? What do you know? They are video game figures. See? I told you, Buzz. They're toys, just like the rest of us. Well, I suppose. Donald, I thought your magic decided how I look. Explain. Super, thanks for it, yeah. Say, Riku would make a great action figure. Must be him. No, it's me. I've got the black clothes and, uh... So what? All right, everyone. Now that we're back together, it's time to return to Andy's room. Now? But can't I at least check the strategy guides? I want to know how to beat Bahamas! Next time. Right now, we need to go home. Oh, but you needn't rush off. Xehanort! I have more to observe. I can't let you leave yet. It's us that you really want. Leave the others out of this. Hm. You would say that, champion of light. Very well. Let's skip to the final stage. Oz? What's the matter? Come on, Buzz. Quit fooling around. Look out! I can't believe it. Buzz has been taken over? What did you do to him? I thought I made it clear. I am testing the strength of their bonds. In this world, toys have hearts. And those hearts come from a powerful bond. So what happens when those bonds are stretched to their limit? When they are worlds apart, can cloth and plastic hold on to their hearts? All I needed was a wedge to widen the divide. Someone like you to fill them with distrust and doubt. And that chasm you created can be filled with a vast darkness. Witness it for yourself. Okay. Challenge! Do something! Do something! On my way! Not this time. Okay. All right. Where am I? Haven't you heard? In this world, you come from a video game. So now you can watch my experiment from inside that screen. That is... If you manage to find a moment's rest... There's got to be a way out. Buzz? Woody? Hang on! No kids! No kids. I'm not close. Oh. Niemals, Quark, in den nächsten Jahren. Oh, Minimum. Oh, Minimum. Oh, Minimum, Minimum. Ja, genau. Oh, Minimum. Oh, Minimum. Das war's. Das war's. Okay. There we go, next! That's good for him. There we go. There we go. 2 plus yards. There we go. Where do I run? That's good. I can't see it. I can't see it. I can't see it. No problem. I cannot see it too. I can't see it. I've turned the pawn. Oh, I can't see it. I can't see it. You're right. You're right. I can't see it. Ja, ja, keep up coming. Schöpfen wir ja, Schöpfen wir ja. Schöpfen wir ja. Schöpfen wir ja. Oh, 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 oh. Not done yet. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, bitte, okay... Wir haben es geschafft! SORA! You all right, Sora? Yeah, I'm just fine. And you? Wait, where's Buzz? Hmm. He disappeared into a dark corridor. Oh. Sora, how do we get him back? I don't know. My power won't open those. Sir, did I hear you say dark corridor? That's right, Sarge. Any ideas? Well, it might be a long shot, but we've sighted a shadowy portal in the Kid Corral. We can infiltrate from a window inside babies and toddlers. I'll head there and get it open. Sarge, you're a lifesaver! You guys in? Yeah! I'll head there and get it open! Please promise you'll bring Buzz home! With batteries included? Journey safely! Farewell! Don't worry. We're gonna get our friend back. Sooo, dann ist die Folge auch hier jetzt beendet und danke dann mal. We like the rest of your Buzz! Come on, fellas! Dann danke mal bis zum nächsten Mal. Ciao!